Die V200 hat einen besonderen Mythos. 1953 sind die ersten Gefahren, zunächst mit 2 mal 1000 PS. In der Serie ab V200 006 dann mit 2 mal 1100 PS. Einige sind bis heute erhalten geblieben. So auch V200 007, die heute zum Verein Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck gehört. Mit einem Sonderzug verlässt sie Anfang der 90er Jahre den Bahnhof Zoo in Berlin. Eine V200 im ehemaligen West-Berlin ist kurz nach der Wende eine Sensation gewesen. Ausfahrt in Berlin-Wannsee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 007 gehört zu den ersten 20 Serienmaschinen, die ab 1956 von MAK in Kiel gebaut wurden. Markant ist die erhabene Aufschrift Deutsche Bundesbahn an den Seiten, die bis zur Einführung des DB-Emblems so zu sehen war. Auch die Museumslok der Hamer Eisenbahnfreunde V200 033 trägt noch die Bundesbahnaufschrift. Ein Aس ausfahrt in Berlin-Hina frei. Die Mager sind seit Potipes des DB-Emblems so zu sehen. Ausfahrt in Berlin-Hina compromise. Der�� ist Pascal. Der Anfang der Spitze des ZDF für funk, 2017 Derкое consisteuelle in Berlin-Hina moren wir PS-Euro outbreak. Die 033 fährt noch mit den Original-Maybach-Motoren von 1956. Diese V200 gehört zu den 61 von Kaus-Maffei in München gebauten Lokomotiven. Zusammen mit den Vorserien-Maschinen sind es bis 1959 insgesamt 86 V200.0 geworden. Eine Plan-Dampf-Veranstaltung zwischen Heilbronn und Neckargemünd hat die V200 als Zusatz-Lok wieder zu Planzug-Ehren gebracht. Halt in Meckesheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017